In dieser Among Us Folge seht ihr den peinlichsten Moment meines Lebens. Ich habe nämlich vergessen, mein Mikrofon auf stumm zu schalten. Und was danach passiert ist, seht ihr jetzt. Viel Spaß, lasst ein Like und ein Abo da. Moini und Will... Hey, was ist jetzt, hä? Peinlich, peinlich, peinlich! Hey, was ist jetzt? Ich will sterben! Hey, was ist passiert? Moini! Hattest du die Intro gemacht? Moini, Leute! Oh mein Gott! Nein, 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 ich habe ihn ja gerettet. Moini, Leute! Leute, heute! Boah, ich habe Gänsehaut, warte mal kurz. Ich habe übelst, Gänsehaut! Das war so peinlich gerade. Wir können ja so tun, als wenn wir das nicht gehört haben. Das war so peinlich. Ey, mein Herr! Was ist passiert? Ich habe nichts gemacht. Was ist passiert? Ich bin... Ich bin...